Die Kadenz bzw. die Rhythmik im Training ist oftmals deutlich unterschätzt. Gerade isometrisches und exzentrisches Krafttraining kann uns helfen, Verletzungen vorzubeugen und unsere Leistung zu steigern. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fit by Science mit Paul. Ich bin Paul, euer Host und freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir möchten heute über das Thema Kadenz bzw. Rhythmik im Training reden. Was bedeutet das überhaupt? Kadenz ist die Wiederholungszeit, die Wiederholungsdauer in den verschiedenen Phasen einer Bewegung. Das bedeutet, unser Muskel kann grundsätzlich drei Arten Kraft entwickeln. Das ist zum einen isometrisch, das heißt haltend oder verharrend, konzentrisch, überwindend oder irgendetwas bewegend und exzentrisch, das heißt ich gebe nach oder es senke etwas kontrolliert ab. Diese drei Muskelarbeitsarten quasi gibt es. Und ich möchte euch auch noch so kurz auf die Reise mitnehmen, wie ich überhaupt auf das Thema gekommen bin. Ich habe derzeit einen Sportler, der hat sich leider durch einen Unfall den Rücken gebrochen und zum Glück ist er da relativ glimpflich davongekommen. Das bedeutet, er kann alle Gliedmaßen bewegen. Er hat keine sehr, sehr starken Einschränkungen in Bewegung jetzt bisher gehabt. Man muss natürlich sehr vorsichtig sein mit ihm, auf jeden Fall. Man kann ihn aber belasten und das ist ein sehr, sehr großer Vorteil, was natürlich durch diesen Rückenbruch und man bricht sich ja leider nicht nur den Rücken, sondern hat auch noch Beeinträchtigungen in anderen Gelenken, natürlich sehr wichtig ist, dass man von der Intensität mit dem Training bisher nicht so hoch geht. Nun ist es leider so, dass dieser Sportler ziemlich gut trainiert war vorher. Das bedeutet, er möchte sich bewegen, er hat nicht genug Auslastung und er möchte natürlich auch nicht zu viel Muskulatur verlieren während seiner Reha-Phase. Und dort oder an dieser Stelle habe ich dann mir Gedanken gemacht, okay, wie können wir das angehen, wie können wir da eventuell besser für den Sportler trainieren, wie hat er das meiste vielleicht noch davon. Und da habe ich mir wieder ins Gedächtnis gerufen oder habe einfach ein bisschen genauer nachgeschaut, dass man ja an der Kadenz sehr viel verändern kann, ohne die Last zu verändern und dennoch eine sehr tolle Antwort im Hypertrophie-Bereich beziehungsweise eine tolle muskuläre Antwort haben kann. Das bedeutet, um das Thema Rhythmik und Kadenz zu betrachten, muss man wissen, unser Muskel, der kann leider nicht zählen. Ja, der kann nicht 1, 2, 3, 4, das kann nur unser Kopf. Unser Muskel, der kann lediglich Anspannung, Entspannung, Punkt. Die Frage ist jetzt, wie lange das ist, da gibt es sicherlich Empfehlungen, zum Beispiel im Hypertrophie-Training ist es eine 20- bis 40-sekündige Belastungszeit, dann habe ich tendenziell einen dicken Wachstum in unserem Training oder Hypertrophie-Effekte und für andere Kraftarten ist das deutlich kürzer oder eventuell sogar deutlich länger beziehungsweise kommt es dann auch nochmal auf die Dauer der Kontraktion an. Aber das würde jetzt erstmal den Rahmen sprengen, deswegen wir konzentrieren uns oder ich konzentriere mich heute auf die drei verschiedenen Arten der Muskelarbeit. Das sind die isometrische Arbeit, das ist etwas haltend oder verharrend, also irgendwie bleibe ich im Gleichgewicht. Die konzentrische Muskelarbeit, etwas zu überwinden, irgendetwas zu bewegen und die exzentrische Muskelarbeit, das ist etwas kontrolliert ablassen oder irgendwie nachgebend mit der Muskulatur arbeiten. Okay? Ich möchte auch mit euch mit der vielleicht im Fitnessstudio vorherrschendsten Form der Muskelarbeit beginnen und das ist die konzentrische. Okay? Konzentrisch bedeutet, ich drücke irgendetwas weg von meinem Körper, ich versuche zum Beispiel Bankdrücken, das Gewicht von meiner Brust zu drücken. Ich versuche in der Kniebeuge, mich vom Boden wegzudrücken, also nach oben zu kommen oder eventuell sogar beim Sit-Up versuche ich meinen Oberkörper vom Boden aufzubeugen. Ja, es ist ja auch eine Rumpfbeuge, wo ich quasi gegen die Erdanziehungskraft arbeiten muss. Okay? Das bedeutet, die ist schon ziemlich vorherrschend. Auch wenn ihr im Fitnessstudio seht, versucht man da eigentlich immer sehr viel Effort reinzustecken. Das bedeutet, da verkrampfen sich die Gesichter, da wird gegrunzt teilweise, da wird geschwitzt, da wird schwer geatmet. Ja, ihr kennt das wahrscheinlich alle selber im Fitnessstudio. Da ist quasi die Hauptarbeit bei den meisten. Okay? Das ist auch okay, beziehungsweise ich finde das völlig legitim. Ich trainiere auch sehr viele Sportler so, weil bei Feldsportarten zum Beispiel diese konzentrische Arbeit natürlich vorwiegend ist. Sei es beim Fußball, wo ich sprinten muss, beim Hochsprung, wo ich mich maximal hoch beschleunigen muss beziehungsweise maximal hoch springen muss. Oder sei es sogar beim Feldhockey, wo ich meinen Schläger durch eine Rotation so schnell beschleunigen muss, so schnell konzentrisch arbeiten muss, etwas überwinden muss, einen gewissen Gegenstand, damit ich maximal schnell den Ball ins Tor schießen kann. Ja, das bedeutet, das ist völlig legitim, dass diese Art des Trainings auch vorherrschend ist. Vielleicht da gibt es auch nochmal einen gewissen Unterschied. Und zwar, ich habe ja gerade die Feldsportler oder ich sage jetzt mal Fitnesstrainierende für eine Sportart angesprochen. Und die versuchen natürlich diese konzentrische Phase zum großen Teil maximal schnell und auch, wenn ich jetzt zum Beispiel in einer Maximalkraftphase bin, auch maximal schwer zu machen. Das bedeutet, ich versuche so viele Muskelfasern, wie es geht, mit maximaler Geschwindigkeit anzusteuern, damit ich maximal meine Kraft entwickeln kann. Das ist für Feldsportarten ist das super, wenn man einfach nach dem Grundsatz geht, ja. You train like you play. Das bedeutet, du trainierst so oder du musst so trainieren, wie du spielst. Oder im Umkehrschluss, du spielst, wie du trainierst. Wenn du also nur langsam trainierst, wirst du auch tendenziell ein langsamer Sportler, was völlig in Ordnung ist, wenn halt nicht deine Anforderung in deiner Sportart, die ist, ey Paul, renn jetzt bitte mal vom schnellsten, am schnellsten von Punkt A nach Punkt B. Dann bringt das natürlich nicht viel, wenn ich schön mit einer unglaublichen Gemütlichkeit im Fitnessstudio irgendetwas trainiere. Okay, das ist, glaube ich, vielen klar. Und so eine kleine Binsenweisheit. Für die unter uns, die Hypertrophie erreichen wollen, das ist jetzt natürlich interessant, auch mithilfe der Kadenz, dass ich gar nicht so schnell trainieren muss. Und warum? Und zwar, wenn ich jetzt wieder ein paar Minuten zurückspringe, dass natürlich zwischen 20 bis 40 Sekunden die Belastungszeit für eine jeweilige Muskelgruppe vorhanden sein muss, damit der Muskel wächst, dann ist es dem Muskel grundsätzlich erstmal egal, ob diese Belastungszeit schnell ist oder langsam, beziehungsweise die Wiederholung häufig ausgeführt wird oder wenig. Was hat das vielleicht noch für einen Vorteil? Man sieht bei ganz vielen Trainingsvideos dann immer die Sportler, die mit, weiß ich nicht, 200 Kilo eine Kniebeuge machen und die wirklich richtig gut auch raushauen. Also technisch sauber und alles ist super. Was viele dort vergessen, das sind zum einen gewisse Phasen in ihrem Training, wo die, wenn das für den bestimmten Sportler eine Peak Max ist, beziehungsweise eine Peak Force, also mehr Kraft geht gerade nicht, ist nur eine gewisse Phase, ist also vielleicht eine Testwoche. Und was man auch nicht sieht oder was man gerne mal vergisst, die Leute haben nur eine gewisse Zeit, diese Ziele zu erreichen. Schaut euch zum Beispiel Fußballspieler an, wenn heutzutage ein Philipp Lahm mit 32, bitte korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, seine Karriere beendet hat, dann ist er schon echt alt geworden für einen Fußballer. Das bedeutet, ich habe nur gute 10 Jahre Zeit, um wirklich alles rauszuholen. Dafür muss ich dann eventuell gewisse Intensitäten und ein gewisses erhöhtes Verletzungsrisiko auch in Kauf nehmen. Für die Leute, die einfach gut aussehen wollen, beziehungsweise Hypertrophie trainieren wollen oder einfach eine gute Strandfigur haben wollen, ihr müsst es nicht machen. Ihr könnt auch einfach weniger Gewicht nehmen, dadurch ein wenig gelenkschonender arbeiten, weil einfach weniger Kraft auf meine Gelenke, auf meinem passiven Bandapparat, der eventuell noch gar nicht darauf vorbereitet ist, wirkt und die Bewegung langsamer durchführen. Probiert es mal aus, versucht anstatt eures normalen Bankdrückengewichts mal 5 Kilo oder zum Beispiel auch bei der Kniebeuge 10 Kilo, weniger zu nehmen und in eurem Kopf mal 21, 22, 22 zu zählen und auf dem Weg nach oben zu gehen. In diesen zwei Sekunden. Ihr werdet merken, dass eure Muskeln ganz schön brennen werden. Ja, das heißt, eure Antwort, eure hormonelle Antwort auf diese Belastung ist zum Teil höher oder mindestens genauso hoch, als würdet ihr mit mehr Gewicht das Ganze maximal schnell machen. Sicherlich seid ihr dann vielleicht nicht der perfekt vorbereitete Fußballspieler im Hobbykick, aber ihr könnt euer Ziel relativ gelenkschonend erreichen. Okay. Also, in der konzentrischen Phase, beziehungsweise da, da ist erstmal wichtig, merkt euch, ich muss irgendetwas überwinden und es muss nicht immer maximal schwer sein. Lasst euch ein wenig Zeit. Die meisten Feldsportler trainieren maximal schnell, als Hypertrophie trainieren da, als Looking Good Naked Guy, um mal die Jungs von Intelligent Strength zu zitieren. Da braucht ihr nicht so viel Gewicht und könnt es vielleicht mal ein bisschen ruhiger angehen. Ja, Rhythmik, beziehungsweise Kadenz nutzen und die Phasen nach oben ein wenig ruhiger machen. Ich glaube, oder ich hoffe, ich habe das jetzt grundlegend schon mal geklärt, beziehungsweise das kennt ihr zum großen Teil wahrscheinlich auch. Als nächste Sache möchte ich auf die isometrische Kraft, Fähigkeit, Muskelarbeit eingehen. Ja, das ist etwas haltend oder verharrend. Ich glaube, viele von euch kennen ganz klassisch die Planks, die Stubbies, die Unterarmstütze, nennt sie, wie ihr wollt. Ich glaube, immer im Oktober kommt dann so eine Plank Challenge mal wieder raus, dass man sechs Minuten am Stück schafft. Keine Ahnung. Aber das kennt, glaube ich, jeder, dass man versucht, in einen Unterarmstütz zu gehen. Das heißt, die Unterarme sind auf dem Boden, die Füße berühren den Boden und ansonsten versuche ich, wie ein Brett waagerecht in der Luft zu hängen, parallel zum Boden, Bauchnabel ein bisschen eingezogen, Becken gekippt, Schulterblätter auseinander. Bam! Super Position. Ich glaube, das kennt jeder und das auch in verschiedensten Variationen. Nicht nur Bauchlinks, das heißt Bauch zeigt Richtung Boden, sondern auch seit links, rücklinks, mit einem Arm, also mit drei Stützen, mit vier Stützen, völlig egal. Vielleicht auch manchmal mit sechs Stützen, wenn der Sportler noch nicht ganz so fit ist. Also sechs Stützen werden dann die zwei Füße, Knie und die Unterarme, wie ihr das wollt. Was aber auch haltend bzw. verharrend sein kann, ist zum Beispiel in der Kniebeuge, die unterste Position, bewusst mal eine Sekunde, zwei oder drei zu halten. Sogenannte Pause Reps sind das. Sei es in der Kniebeuge, sei es beim Bankdrücken knapp oberhalb der Brust mal zu halten und zu verharren. Das ist auch eine isometrische Muskelarbeit. Warum könnte das effektiv sein? Und zwar, ihr könnt ab einer gewissen Muskelspannung, also der Muskel spannt dann an, dadurch wird eine gewisse Blutzufuhr im Körper bzw. in der Muskulatur gestoppt. Das heißt, da kommt jetzt für eine kurze Zeit kein Blut mehr rein. Das kann ich natürlich auch erreichen durch hohe Intensität. Kann ich aber auch zum Beispiel dadurch erreichen, dass ich einen Gelenkwinkel von Pi mal Daumen bzw. hänge ich euch gerne in die Shownotes von über 90 Grad erreiche. Dadurch kann ich einfach durch eine strukturelle Veränderung, das ist wie bei einem Schlauch, die Blutzufuhr schon mal vermindern bzw. komplett stoppen. Das wiederum erhöht meine hormonelle Antwort. Gerade interessant im BFR-Thema. Wenn euch das mal interessiert, BFR, also Blood-Floor-Restriction-Training, lasst mir doch gerne mal einen Kommentar da. Dann mache ich dazu auch mal gerne eine Folge und vielleicht auch nochmal mit einem Interviewgast, der dazu ein bisschen mehr gemacht hat als ich. Aber wie gesagt, nur nochmal 90 Grad, Blutzufuhr stoppen, ungefähr. Das kann die Blutzufuhr mindern und dadurch eine stärkere hormonelle Antwort erzeugen im Muskel und kann euch dabei auch wieder helfen, stärker zu werden, Muskeln aufzubauen oder die Stabilität zu erhöhen. Außerdem ist es echt gut, gerade wenn ihr in den tieferen Positionen seid, sei es in einer Kniebeuge, in dem Bankdrücken oder wo auch immer, es kann euch helfen, eure Technik auch einfach zu verbessern. Das bedeutet, wenn ihr ein Sportler seid, der immer im tiefsten Punkt so das ein oder andere Problem hat, wieder, man sagt auf Englisch, come out the hole, also wenn man aus diesem Loch unten nicht rauskommt, kann das eine super Übung sein, dass man diese Fähigkeit verbessert, unten kurz zu halten, Umkehrpunkt, dann ist ganz kurz meine Geschwindigkeit ja 0, V gleich 0. Ja, das heißt, ich stehe kurz und komme wieder hoch. Und wenn ich das nicht übe, dann habe ich da natürlich ein Problem. Und da kann gerade dieser Pause-Rap eine wunderbare Möglichkeit sein, diese Fähigkeit zu verbessern. Also, wenn ihr zum Beispiel sagt, ich kann mit dem Gewicht einfach nicht hochgehen, weil ich in einer Kniebeuge zum Beispiel sonst mit dem Gesäß zu früh hochkomme, zu viel Stress auf die Lennwirbelsäule bekomme, nehmt einfach ein wenig leichteres Gewicht, macht Pause-Raps und haltet unten mal 2-3 Sekunden an und wartet, wartet ab und geht dann erst hoch. Ihr werdet merken, zum einen, es ist super, super anstrengend und zum anderen, auch wenn es weniger Gewicht ist und reduziert auch gerne am Anfang die Wiederholung, es ist trotzdem ultra, ultra anstrengend. Okay? Das bedeutet, da kann es euch auf jeden Fall helfen. Außerdem, für die unter uns, die sagen, hey, boah, nee, Fitnessstudio ist gar nichts für mich, habe ich nie so viel Lust drauf, ist auch die Möglichkeit, damit wirklich effektiven Muskulatur- oder Hypertrophietraining zu betreiben. Ja, gerade für Neueinsteiger, die noch nicht so lange dabei sind zu trainieren, ist es eine super Möglichkeit, sich dort relativ zügig zu verbessern, durch diese haltende, isometrische Arbeit. Ich habe die Plank-Challenge ja schon angesprochen, da fängt man am ersten Tag meist mit 30 Sekunden an und nach 3-4 Wochen ist man da schon relativ schnell bei 4, 5, 6 Minuten, je nachdem, wie fit man ist, je nachdem, wie viel Sport man im Vorfeld schon gemacht hat und auch je nachdem, wie schwer man ist. Das ist natürlich auch wichtig. Vergessen immer viele, aber wenn ich halt ein Übergewicht von 30, 40 Kilo habe, werde ich da natürlich nicht so schnell und nicht so einfach Erfolge erzielen, wie jemand, der vielleicht 50 Kilo schwer ist und das Ganze auf 1,60 Meter hat. Also relativ dünn ist und vielleicht schon ein bisschen zu dünn, aber hey, darüber möchte ich jetzt erstmal kein Wort verlieren, das kommt vielleicht später nochmal. Okay, also es ist auch völlig, völlig klar. Okay. Da könnt ihr euch also schnell verbessern. Und wiederum, die Studie hänge ich euch auch gerne in Anhang, ist es so, dass ihr da auch relativ schnell oder, ja, ein Plateau erreicht. Also ihr könnt wenig bis schwer Intensitäten steigern, wenn ihr nur mit eurem Körpergewicht trainiert. Zum Beispiel in der Skierfahrerhocke. Das Gewicht wird nicht schwerer, wenn ihr nicht schwerer werdet. Ja, ihr könnt dann auch die Zeit verlängern, aber der Benefit von einer exorbitant größeren Zeit im Vergleich zu Kraftaufbau und Zeitaufwand nimmt dann bei dem isometrischen Training ab. So ist es auch bei den Planks. Okay. Also es gibt natürlich Weltrekorde und Rekordhalter auf den Kontinenten, die über zwei Stunden den Unterarmstütz halten kann. Also versteht mich da nicht falsch. Ich habe da absoluten Respekt vor und ich könnte das im Leben, glaube ich, nicht. Also beziehungsweise habe ich darauf noch nie trainiert und habe da auch, glaube ich, gar keine Lust drauf. Aber ist es noch Sinn und Ziel führend für diese Menschen, das zu tun? Es kann durchaus sein, dass sie das vielleicht für ihre Betätigung im Job brauchen. Weiß ich nicht, zum Beispiel Soldaten oder irgendwelche Stahlbetonbauer, die irgendwelche Klötze durch die Gegend tragen müssen. Ja, okay, vielleicht ergibt es da Sinn. Aber für uns als Autonomalverbraucher haben wir da wirklich noch den Benefit, wenn wir zweieinhalb Stunden den Unterarmstütz halten können. Und wie viel müssen wir dafür trainieren? Wie viel Zeit müssen wir dafür investieren, um diese Fähigkeit zu erlangen? Und wie viel andere Fähigkeiten können wir dadurch nicht trainieren? Ja, wie viel bleibt auf der Strecke? Können wir dadurch keine Sprünge mehr machen? Oder geht mal zurück in die Folgen mit den fünf Bewegungsmustern des Körpers. Können wir dadurch nicht mehr rotieren? Und so weiter und so fort. Also, um mal so einen Begriff aus der Ökonomie einzubringen, die Opportunitätskosten, also was entgeht mir, steigen einfach exorbitant. Okay? Meine Empfehlung, was Planks angeht, macht sie nicht länger als 15 Minuten. Das reicht, wenn ihr 15 Minuten Planks, also Unterarmstütze, Stubbys, also ich nenne sie immer sehr gerne Stubbys, macht. Und das immer im 30-sekündlichen Wechsel der Lage. Das bedeutet, ihr fangt 30 Sekunden an, Bauch links, bam. Dann geht's seit links, bam. Andere Seite, bam. Rück links. Dann, wenn die Schultern schon langsam anfangen zu brennen, noch einmal kurz Bauch links. Und dann macht gerne auch mal ein paar Crunches oder eine Bauchübung zwischendurch. Aber ihr müsst es nicht länger als 15 Minuten machen. Und glaubt mir, wenn ihr mit Neueinsteigern oder ihr selber das länger nicht gemacht habt, nehmt erstmal 5 Minuten und versucht einfach jede Woche, jede Trainingseinheit oder jede zweite Trainingseinheit immer eine Minute raufzupacken. Eine Minute, bis ihr bei 15 Minuten seid. Und ihr werdet merken, ihr werdet da auch schnell besser. Okay? Außerdem nehme ich das auch gerne als Warm-Up für den Oberkörper. Wenn ich ein Oberkörper-Warm-Up, äh, ein Oberkörper-Workout, sorry, mit meinen Sportlern habe, dann nehme ich gerne mal Stubbys als Warm-Up. Ja? Wenn einfach viel, viel in den Oberkörper oder auch viel draufsteht bis zur Hüfte. Ja, dann ist das doch eine super Erwärmung. Ja? Dann habt ihr den Schultergurt warm. Ihr müsst den Rumpf anspannen. Ihr habt vielleicht schon rotierende Bewegungen drin. Ihr versucht, den Brustkorb aufzumachen, zu schließen. Also ihr habt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ihr könnt sehr kreativ werden mit der Arbeit mit euren Sportlern. Und dann nutzt ihr es doch auch. Und dann habt ihr direkt das Rumpftraining quasi am Anfang schon mit. Ja, okay, ihr seid dann vielleicht schon ein bisschen, ja, ein bisschen geschwitzt. Aber das ist ja auch Sinn und Zweck der Erwärmung. Und sie ist spezifisch. Also ich baue es sehr gerne ins Warm-Up ein. Wenn es für die Neueinsteiger noch ein kräftigender Teil ist, ja, okay, dann wird es halt ein Kraftteil. Dann mache ich halt 5 Minuten Stubbies und eventuell danach, wenn ich davor ein bisschen läuferisch gearbeitet habe, dann mache ich nach den Stubbies nochmal Kreuzheben zum Beispiel. Ja, meine Beine sind dann noch warm. Da hält der Effekt nach 5 Minuten, hält noch vor. Ich habe den Oberkörper nochmal aktiviert. Ich habe vor allem die Fähigkeit meiner Sportler geschult. Hey, haltet den Rücken gerade, haltet durch, baut Spannung auf. Und genau diese Fähigkeiten brauche ich zum Beispiel im Kreuzheben. Also warum nicht? Eine ziemlich logische Ergänzung in meinen Augen. Könnt ihr auch gerne eure Meinung da lassen. Aber für mich auf jeden Fall eine sehr, sehr wichtige Sache. Okay? Das ist so die zweite Art der Muskelarbeit. Also wir haben jetzt konzentrisch, isometrisch. Und jetzt möchte ich zu der vielleicht unterschätzten oder meist unterschätzten oder am wenigsten gemachten Form, zumindest im Fitnessstudio kommen. Und das ist die exzentrische, beziehungsweise die nachgebende, kontrolliert ablassende Muskelarbeit. Okay? Das bedeutet, wir lassen etwas langsam ab. Zum Beispiel bei dem Bankdrücken. Wir lassen langsam das Gewicht auf die Brust und drücken wieder hoch. Oder bei der Kniebeuge. Wir lassen langsam unseren Körperschwerpunkt runter und kommen schnell wieder hoch. Egal bei welcher Übung. Immer, wenn das Gewicht quasi Richtung Erdanziehungskraft arbeitet, da möchten wir dann mit unserer Muskulatur nur langsam dagegen arbeiten und nicht einfach die Schwerkraft gewinnen lassen. Nicht einfach runterkrachen. Machen wir so oder so nicht, weil wir sonst unseren passiven Bandapparat und unsere Gelenke schon sehr stark beanspruchen würden. Also wir haben immer eine abbremsende Phase. Aber diese exzentrische Muskelarbeit, die ich anspreche, ist besonders kontrolliert und akzentuiert. Das bedeutet, wir reden hier über Absenkephasen von 2 bis in üblicher Weise 4 Sekunden. Okay? Also zum Beispiel in einer Kniebeuge nehme ich mir eine Uhr oder zähle im Kopf immer 21, 22 und so weiter mit, bis ich bei 4 bin. Okay? 4 Sekunden runter und dann so kräftig und so schnell wieder hoch. Wie es für euch geht. Was hat das für Effekte? Durch diese Time and Attention und durch diese exzentrische Muskelarbeit habe ich durchaus einen tollen Effekt auf Hypertrophie, um Kraft zu wechseln. Auch dafür packe ich euch gerne eine Studie in die Shownotes. Die ist von dem IAT. Ich habe jetzt gewechselt vom PubMe zu IAT. Ist jetzt auf Deutsch. Ihr müsst vielleicht noch einen Klick weitermachen, um zur Zielstudie zu kommen. Aber den AppStrick kriegt ihr da immer. Aber jetzt zurück zum Thema. Das bedeutet, ihr könnt Kraft zu wechseln erreichen und Hypertrophie. Okay? Ja? Jetzt wieder gedacht an die konzentrische Muskelarbeit. Es macht euch nicht zwingend schneller. Aber wenn euer Ziel ist, Muskelwachstum zu erreichen und stärker zu werden, ist das absolut eine Möglichkeit, wie ihr das machen könnt. Und ich würde es in gewissen Phasen eures Trainings auch absolut empfehlen. Auch im Football-Bereich. Nicht so eine lange Phase wie oftmals vorgelebt. Aber macht sie auf jeden Fall. Der Nachteil daran ist es, die ist sau anstrengend. Also ich persönlich bin da immer beim Rate of Perceived Exertion, also RPE, locker auf eine 8, wenn nicht immer eigentlich 9, weil es einfach super, super anstrengend ist. Auch mit wenig Gewicht. Auch hier wieder mein verletzter Sportler mit dem Rückenbruch. Ich mache eigentlich total viel für die Beine gerade. Nicht, dass ich den Rücken irgendwie mit der Hand belasten würde, sondern ich lasse ihn viel in die Hand nehmen. Mache ich sehr viel exzentrisch. Das bedeutet, ich muss nicht so viel externe Last auf den Körper wirken lassen, aber nimm einfach mehr Time and Attention auf dem Weg nach unten. Okay? Das bedeutet, die Muskulatur dehnt sich. Ich habe eine Spannung dagegen. Und das erhöht einfach den Muskelreiz. Okay? Da wir das auch relativ selten machen, hat der Körper da auch eine sehr starke Antwort im Sinne von Muskelkater. Das brennt also ziemlich lange nach. Ihr kennt das sicherlich auch, dass eigentlich jeder zweite oder dritte Standard-Fitness-Trainer euch das sagt. Lasst langsamer ab, als ihr rausdrückt. Ist richtig. Für Hypertrophietraining absolut, haben sie recht. Nur wer macht das von uns? Ich halte euch an, lasst mal 4 Sekunden ganz bewusst das Gewicht runter, macht keine Pause unten und versucht so schnell wie es geht wieder hochzudrücken. Das ist zum Beispiel eine super Variante, Kraft aufzubauen, Hypertrophie aufzubauen, ohne viel Gewicht nehmen zu müssen. In meinen Augen ist es gerade auch für die Damen, weil viele Frauen einfach ein bisschen Respekt oder Angst oder wie auch immer davor haben, viel Gewicht zu nehmen, weil oftmals höre ich zumindest, ich weiß nicht wie es bei euch ist, ich will dann aber nicht aussehen wie so eine Muskelfrau. Sieht man nicht, keine Angst, auch mit dieser Methode nicht, aber dennoch kann man mit wenig Gewicht viel erreichen und damit vielleicht manchmal den Sportlern ein bisschen austricksen, was wir Trainer auch machen müssen einfach. Okay? Diese Art der Muskelarbeit ist auf jede Übung anwendbar. Okay? Also das ist überhaupt kein Problem, wenn man das zum Beispiel auch bei Bizeps Curls macht oder beim Trizeps Drücken oder, oder, oder. Ihr könnt es auf jeden Fall jederzeit machen. Und ich würde es euch auch empfehlen, weil ihr auch hier wieder die passiven Strukturen ein wenig schützt durch die geringere Last, durch weniger externe Intensität, die auf Bänder und Gelenke wirken und ihr habt eine Möglichkeit, einfach toll zu trainieren, euer Ziel zu erreichen und, ja, wie soll ich sagen, einfach mal was Neues in euer Training einzubringen. Wer hat denn schon mal wirklich danach trainiert? Wer hat denn wirklich schon mal sich Zeit gelassen beim Hochdrücken eventuell und beim Ablassen? Ja, es gibt Kadenzen oder Rhythmiken. Ja, da bin ich dann immer wieder, das sieht für mich immer aus wie so ein Viervierteltakt oder so. Wer hat denn zum Beispiel mal vier Sekunden abgelassen und vier Sekunden hochgedrückt? Das ist eine Acht-Sekunden-Wiederholung. Wenn ich jetzt wieder auf mein Grundthema Hypertrophie komme, würde es völlig ausreichen, wenn ich fünf Wiederholungen mache. Fünf mal 18, 40, hoffe ich. Und wenn ich dann, oder ich kann sogar nur vier machen, wenn ich einbeziehe, dass ich unten ja auch noch eine kurze Spannungsphase habe und wieder hochdrücke und oben noch kurz Pause, wenn ich jeweils so eine Sekunde rechne, dann bin ich bei fast zehn Sekunden pro Bewegung. Das heißt, ich habe maximal vier Wiederholungen und habe trotzdem einen tollen Effekt und vor allem einen effektiven Muskelreiz für das, was ich erreichen möchte. Auch hier wieder, man muss sich im Klaren sein, ist es mir wert bzw. will ich der Schnellste sein oder nicht? Wenn ich nicht der Schnellste sein will, dann macht es. Wenn ihr der Schnellste sein wollt, dann müsst ihr ja auch schnell trainieren. Dann muss die konzentrische Phase immer Gas, immer Dampf rauf. Okay, aber wie gesagt, diese exzentrische Phase ist total wichtig. Und jetzt so als kleines Add-on für die exzentrische Phase möchte ich nochmal Werbung machen für die Nordic Hamstring Curls. Nordic Hamstring Curls sind eine Partnerübung, wo ein Partner kniet, die Hüfte bzw. das Gesäß ist unter der Schulter und der andere Partner hält hinten die Fersen fest und der Partner versucht mit der Brust Richtung Boden zu kommen und da so lange wie es geht dagegen zu halten. Okay, packe ich euch auch gerne nochmal einen Link in die Shownotes für die Nordic Hamstring Curls. Es gibt Studien oder eine Studienreihe, die deutlich belegt, dass wenn die Oberschenkelrückseite besonders kräftig ist oder einfach eine gewisse Kraftrate erreicht hat, dass es signifikant unwahrscheinlicher wird, dass ihr euch die Kreuzbänder im Sport reißt, in jedwediger Sportart, also sei es im Feldhockey, sei es im Fußball, sei es im American Football, egal. Aber bitte Leute, trainiert die Oberschenkelrückseite und gerade durch diese exzentrischen Phasen könnt ihr das super machen, ohne viel Gewicht. Ob ihr dafür in eine Beinbeugemaschine geht, Nordic Hamstring Curl macht oder mit Slidern arbeitet, das ist euch überlassen. Aber macht es bitte. Ich habe ganz viele Sportler, die sind unglaublich quadrizepsdominant, haben unfassbare Leistungen im Beinstrecker. Dann gehen wir an den Beinbeuger und da habe ich teilweise nur 20% von der Leistung und wir sollten schon so bei mindestens 50% der Leistung sein. Mindestens. Also wenn ich eine 100kg Kniebeuge mache, sollte ich schon 50kg mit meinem Beinbeuger bewegen können. Mindestens. Leute, das ist wirklich, wirklich wichtig, dass ihr das trainiert, weil ihr damit eurer Gesundheit wirklich helft. Ob ihr das dann exzentrisch macht oder nicht, ist euch überlassen. Okay, möchte ich nochmal kurz zusammenfassen. Häufig oder zu häufig ist die konzentrische Phase dominant im Fitnessstudio und auch beim Training. Zumindest wenn es um Hypertrophie geht, wenn es um Training für Feldsportarten, für die On-Field-Performance geht. Das ist absolut gerechtfertigt. Ihr solltet immer wieder andere Kraftformen mal in euer Training einbinden, zum Beispiel als Warm-up die isometrische oder die exzentrische Arbeit. Und die unterschiedlichen Phasen, die ihr betont, eventuell das Ablassen oder die Pause unten in einer Kniebeuge, können bei Sportlern einfach die Performance verbessern. Das bedeutet zum Beispiel, besser aus der Kniebeuge hochkommen. Oder sie können verletzungspräventiv sein, wie zum Beispiel bei dem Beinbeuger, bei dem Nordic Hamstring Curl, bei exzentrischer Arbeit. Das sind so die drei Key Facts, die ich euch auf den Weg geben möchte. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich bin auch ein bisschen ins Quatschen gekommen heute. Ihr findet alle Studien, alle Links in den Shownotes, wenn ihr wollt. Wenn ihr sonst irgendwie Fragen habt, Feedback oder sonst irgendwie in Kontakt treten mit mir wollt, dann findet ihr mich unter Facebook, Instagram und der E-Mail-Adresse paul-at-fit-by-science.de. Ihr könnt auch gerne info-at-fit-by-science schreiben. Kommt trotzdem zu mir. Ich bin quasi alleine. Ich habe noch keine Mitarbeiter. Aber schreibt mir sehr gerne auch euer Feedback. Auch wenn ihr Wünsche für neue Folgen habt, schreibt die gerne rein. Wenn ich mal irgendwie versuchen soll, einen anderen Gast zu erreichen, hey, schreibt mir einfach. Schreibt mir auch gerne mal ein Feedback, wie es ist, wenn ich alleine rede und wie es ist, wenn ich Gäste da habe. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen und wir hören uns nächste Woche. Seid gespannt, was dran ist. Ciao.